Die BMBS 300x320 CNC-G ist eine vollautomatische Schwenkrahmenmetallbandsäge mit Gärungsschnitten bis zu 60 Grad. Ich habe die Möglichkeit Rohre bis zu 300 Millimeter, Vollmaterial bis 180 Millimeter und Profile von 300 bis 320 Millimeter im halbautomatischen oder eben im vollautomatischen Zyklus abzusägen. Die Halb- und die Vollautomatik wird über die Bewerder mit Subische Steuerung GOT2000 gesteuert. Die Materialzuführung wird serienmäßig über eine Kugelumlaufspindel angetrieben, zwei Langhubzylinder sind mit verbaut, eine Spernerbürste und eine Kugelmitteleinrichtung. Wer höherer Stückzahlen und verschiedenste Rohmaterialien absägen möchte und dazu noch eine Gärung benötigt, ist mir diese Maschine bestens bedient. Untertitelung des ZDF von unten